Wir sind drin. Wo wart ihr so lange? Wir warten seit mindestens zwei Minuten. Schön für dich, klugscheißer. Wo seid ihr? Im Keller. Was für ein Loch. Zentrale, hier Delta. Wir sind drin. Verstanden. Bewegt euch durch die Fabrik, bis ihr den Minenkontrollraum findet. Ich bringe euch mit den Karren zur Mine. Delta, wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir müssen den Kontrollraum finden. Vorsicht vor dem schwarzen Magen. Versucht, das Licht wieder anzukriegen. Delta 1, aus. So, und herzlich willkommen. Mein Name ist Coach und wir spielen Gears Hervor. Wir finden uns im dritten Akt in irgendeiner Fabrik. Gucken wir mal nach der anderen. Ich glaube, das mit der Tür hat sich gleich erledigt. Was war denn das jetzt? Hier? Ach, hier kriegt was raus. Sehr schön wieder Munition gefunden. Und... Gucken wir mal, ob es hier weitergeht. Da hätten es noch mehr Munitionen, aber ich glaube, die brauchen wir gar nicht. Ich glaube, ich hätte schon ziemlich voll, deswegen lassen wir sie liegen. Bäm. Das war ein kleiner Rückblick. Ich dachte, wir müssen jetzt gegen die kämpfen. Ja, Bert, du hast es. Mach schon aus. Was? Schon gut. Ja, nix. Gut, gucken wir nach da hinten. Ja, das leuchtet grün. Da liegt eine Waffe. Hatten wir die schon mal? Ah, ich glaube, die hatten wir schon mal. Gut. Feuer einstellen. Blöd, Mann. Endlich. Das Rettungsteam. Was machst du hier drin? Ich warte auf euch. Ich möchte gehen. Wir suchen den Kallenkontrollraum. Wo ist er? Nun, äh, ihr müsst runter in die Halle, durch diese Tür, aber die ist zu. Dann helf uns, sie zu öffnen. Wer? Ich? Ich dachte, wir gehen. Ich glaube, er wird sterben. Hier, Delta 1. Gehen weiter nach Plan vor, aber wir haben einen Gestrandeten bei uns. Ernsthaft? Frag ihn mal, ob er Geobots gesehen hat. Ich brauche einen für den Junker. Hey, Bert, such weiter nach dem Kontrollraum. Phoenix, Ende. Vielleicht ist die Tür? Nein, immer noch nicht. Gehen wir jetzt lang. Wieder zurück. Ach nein, er macht was. Delta 2 kommen. Achtet auf die Lüftungen. Roger. Du wirst nicht laufen, wo wir sind. Zentrale, habt ihr die Position von Delta 2? GID-Signale sind schwach. Zika, der Kononikations-Auskauf ist überall scheiße. Komm schon, Merz. Das hat noch keinem geschadet. Stärk dein Immunsystem. Und es stärkt die Krankheitserreger. Delta 2 Ende. Unglaublich. Die armen Schweine. Nein, auch nicht. Hallo, Jungs. Man riecht euch schon von Weitem. Scheiße, Mann. Komm doch runter, wenn es dir so gefällt. Hier ist noch Platz. Ist wirklich ganz toll hier unten. Nein, danke. Los, weiter. Wir treffen uns bei den Karren. Der Rinder war auch vor. Wollen wir ihn beschützen, der rennt er vor. Mach so lange, bis er stirbt. Hier hinten, was drin ist. Ah, Munition. Ansonsten sind wir lange keine Kette mehr gefunden. Wow. Schön. Wow. Habe ich gerade ein bisschen erschrocken. Können wir nicht einfach gehen? Nein, wir haben was zu erledigen. Bitte, die werden uns noch umbringen. Entspann dich, okay? Entspann du dich. Hier seid doch alle bekloppt. Blutröntiger Faschus. Wow. Geht hier hinten was rum? Nein, auch nichts. Jetzt gehen wir auch runter. Meint er? Na, ob das so einfach wird? Ich denke mal, nein. Wir wechseln mal die Werfer. Weg ist er. Mist, er ist weg. Achtung, wir dürfen nicht stehen bleiben. Achtet auf eure Füße. Verdammt, ich hasse diesen Ort. Wir können aber nur da ganz langsam laufen. Ah. Was ist das? Was ist das? Michaelis. Nein. 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 Nog ein bisschen da. Wacht da. Oh ja. Wacht. Oh ah. Wieder hoch. nein doch was verdienten ja so auch nach haben verpasst kommt zu gucken da hinten Schau weg in dein Loch! Kack doch! Tot zają! ein loch wir müssen bald fertig sein denn so viel munition habe ich gar nicht mehr immer noch nicht wie wir sind es denn noch schön weg ist er wieder der kleine schlinge hier ist nein nochmals wechsel mal die werfer mal 14 schoß und dir geht es ein bisschen mehr schroth hinter da hinten ist zwei schuss brauchen wir wenn es gut läuft so Hm, ich glaube, ich bin ein Kind, ich bin ein Kind, ich bin ein Kind. Schönen! Oh, es dauert so lange. Wir haben auch nur hier 14 Schuss. Wann ist das mal vorbei? Noch 10 Schuss? Okay, kämpfen wir uns halt so durch. Ah, da sind noch ein paar. Da haben wir noch das Scharfschussgewerbe, das bringt uns auch nichts. Noch 5. Oh yeah! 4. Ah, das war der letzte Schuss. Was müssen wir jetzt so machen? Boah, das tat jetzt gerade weh. Hoffentlich regeln wir uns schneller, bevor wir hier... Immer noch nicht, da sind noch 2, mindestens. Da springen sie wieder weg, die Schlinge. Ein paar laufen noch rum. Boah! Boah! Wo geht's nicht immer weiter? Boah! Boah! Wow Gott! Wow! Schnelle weg! Schöne hier. Lachst du die Schöne anab. Echt Geld. Wir waren vorher voll mit Munition und das... Boah, schnell weg hier. Boah. Hinter uns. Jetzt rennen sie wieder weg. Ah. Nein. Wie lange geht das denn hier noch? Hätte ich das gewusst, hätte ich die gleich so gemacht. Mit der Munition gespart. Warum ist das denn so platt? Der Pistole. Nein, ich weiß grad gar nicht, wie lange das auch so geht. Brauche Munition. Echt, der steht die ganze Zeit da unten, macht überhaupt... Und wir sind in Sicherheit. Naja, komm, sterb. Geh sterben. Okay. Wir versuchen das Ganze nochmal erneut. Mist, der ist weg. Achtung. Achtung. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Achtet auf eure Füße. Verdammt. Ich hasse diesen oft. Wieso rum sagt er achtet? Wir sind doch bloß zu zweit. Nein, ich sterb schon. Jetzt bin ich wieder hier unten. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Oh ja, naja. Das geht gerne ab. Hm, das macht mich gerade ein bisschen fertig. Es lief so gut. Hat er eine Schuldkunde? Echt jetzt schon? Ach Leute. Geht's hier hoch? Nein. Es geht hier hoch. Warum hab ich das nicht vorher gesehen? Das macht mich so traurig. Tür aufgesprengt und da sind wir wieder. Boah. Ich frage mich, wenn wir das schaffen. Och nein Leute. Also rennen wir wieder nach da hinten, denn da gibt's ja den Ausweg. Boah. Und versuchen es nochmal erneut. Weil gegen die zu kämpfen macht keinen Sinn. Es kommen unendlich viele. Das hab ich mich verladen. Was macht er denn wieder hier? Geh doch mal bitte nach hinten. Also ich rette mich, wenn der stirbt. Nein, das werden echt zu viele. Oh, da hinten sind Dings, hoffentlich schaffen wir es bis dahin. Und können es da mitnehmen. Hab'n lang keinen mehr gefunden. Und. Mach, ich fall gleich rein. Oder? Er hat noch zwei. Der Weg ist frei. Und wir rennen wieder nach da hinten rein. Boah, bleibt doch nicht. Machen wir echt. Eben bleibt. Du musst da hochklettern. Alter. Warum rennt er nicht eher hoch? Da wartet er bis wir kommen. Also, um festzuhalten, wir haben nicht gerade die besten Teammates. Die sind ein bisschen, naja. Da in der Mitte ist Munition. Schaff ich sie nochmal drüber. Ah, wird schwierig. Traucht. Was war denn jetzt bitte sein Problem? Schießen bringt auch nichts. Oh, krass. Bin vorbei, zum Glück. Wow, schnell komm. Ach, Leute. Renne wieder schnell nach oben, weil alles andere bringt eh nichts. Und geh den Weg nochmal erneut. Ganz langsam, denn wir haben ja Zeit. Das wie in der unten. Jetzt. Hm. Geh weg. Der macht einen weichen. Also, schubst ihn gleich da runter. Oh, yeah. Schön, haben wir das geschafft. Es hat doch überhaupt nicht lang gedauert. Hier ist eine Schrotflinde, brauchen wir nicht. Und dann nochmal zwei Fuß. Boah, was für ein Scheiß. Kommt ihr jetzt von unten? Nein. Äh, von oben, muss ich ja sagen. Ach, da sind wir jetzt. Wir nehmen die Pistole auf, weil damit geht's ganz gut eigentlich. Es sind zu viele. Ja, der rennt weiter. An den Wänden. Ja. Oh, oh, oh. Was? Hinter dir. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Geht wieder. Ah, muss ich ihn holen. Dann schiebe ich auf. Wer spielt mit uns? Rechts, links? Okay. Rechts. Ja, dann mal weiter. Also, wir haben ja keine Zeit mit, denn das Gartag ist, boah. Fick nicht. Ui. So. Noch schnell davor gesprungen, weil das macht. Sonst geht es wieder nach links. Und für die Pistole und für, nee, hau mal, beides nicht. Hier liegt auch nochmal Munition. Ich dachte mal, wir sind voll, aber lass uns weitergehen. Kontrollfunk. Kann den Zug nicht anhalten, Baby. Ach, unser Team ist da. Hä, gut wie dir aus. Und dieser Duft. Halt die Klappe, Mann. Kein Wort. Wie du willst, Mann. Was ist mit dem Resonator, Cole? Ist er noch ganz? Du weißt doch. Der Zug ist bequem. Äh, wo geht's weiter? Ach, hier ist noch was. Ach, gar nicht gesehen. Boah, was für Riesenrohr. Äh. Ich hab was gesehen. Oh, Robben. Hm, die Fall geht halt runter. Guck mal nochmal, kurz das Gebiet. Hier hab ich irgendwas rumliegt, was ich vielleicht brauchen kann. Bis auf Munition und die Hunde machen wird zu viel sein. Oh. War ich zu früh. Wir lassen die mal ein bisschen schießen und setzen jetzt die Pistole, dass wir die im Nahkampf machen. Wenn's ein, zwei sind, dann geht das. Äh, wah. Ach so, Hammer. Oh. Oh Gott. Gucken wir weiter. Ja, und schon damit fertig. Hab ich noch mal neue. Ein paar andere Teamkollegen. Deswegen. Ah. Blanky mit ihm. Boah. Nicht was. Und da bin ich noch viel zu langer. Wirst du das? Da hinten? Da auch nix. Lebt er wieder? Tatschaus. Sprengen wir uns mal hier durch die Tür, beziehungsweise treten wir uns wohl. Jack, öffne die Tür. Boah. Was ist denn hier? Okay, wir haben eine Pause noch. Hier ist was drin. Hier ist es. Boah. Was hat denn der für eine Waffe? Gefühlt einen Schuss und wir waren weg. Ich hab was gesehen. Hau rum. Ja, brauchen wir es nicht hingucken als André ist eh. Ja, geht nicht. Hier. Ja, geht auch nicht. Wir können Deutsch flitzen irgendwo. Alles nix. Wir müssen auf die andere Seite und... Dann gehen wir es nicht. Ach, geht doch mal. Gut. Entschuldigung! das ist unser team hier ist das gar nicht wo sie sind aber da kommt einer jack öffne die tür ja hier und hat eine rakete an wir leben noch er leider auch ok der ist tot das ist kein problem haben wir noch eins ist nichts weiter also rein die gute stube messen wenn ich nachhabe kann ich auch keine waffen wechseln waffeln waffen wechseln zu zentrale hier denn wir sind im karrenkontrollraum jetzt schnappt sich jeder munition okay ich würde sagen an der stelle erst mal schluss ich bedanke fürs zuschauen es hat euch gefallen durch das ganze gerne leiten kommentieren und wir folgen von abonnieren ich danke fürs einschalten bis zum nächsten mal kutschen bei